mein kollege rief mich an hätte ich hier eine verschlammung wollen wir mal gucken müsste der schacht sein hier so jetzt sind sie alle wach hier mr newman we have content was ist denn die haben da eine andere leitung eingebaut durchgesteckt 125 haben hunderte einfach mal gestoppt okay kann man machen muss man aber nicht ja dann wollen wir ein bisschen spülen die leitung hier weiter hoch kann ja nicht stimmen mit der leitung da müsste regenwasser sein das sind alles ddr zeit ich bin hier im umland so müsste regenwasser sein okay dann müsste ich hier ist ja strange kommt da an läuft hier runter ich hätte gedacht muss da lang aber jetzt läuft ich ja darüber ok guck mal passiert wenn wir mit der düserin kommen ist völlig essen mein auto das steht da hinten geht los ich lasse jetzt um spülen mal gucken ob hier passiert das ist aber nur kohpapier Ja. Machen wir das weg. Ein bisschen Wille. Hier kommt nichts an. Wo bist du denn? Bitte? Das Ohr ist doch frei. Kommt doch ja nichts. Das stört nicht einfach nur da und bleibt liegen oder was? Wir wollen oben spülen. Mal weiter gucken. Hier kommt kein Wasser an. Hier kommt kein Wasser an. Ich weiß nicht wo hier Wasser laufen soll. Dann müsstest du aber an den anderen Kanal ankommen. Hier von rechts. Hier ist nichts. Da läuft es. Dann musst du ja hier irgendwo mal ankommen. Hier kommt noch mal. Hier kommt noch mal. Hier kommt noch mal. bombern. Ja. 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 Das scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Ich werde hier oben jetzt anfangen, den Schacht auszuspritzen und jetzt reingehen ins Haus, links und rechts die Leitung machen und von hier aus dann weiterarbeiten Richtung LKW. Also hier haben wir die ganze Zeit Wasser laufen. Von dort kommt noch was, nachdem wir nicht wissen, von woher das kommt. Aber weil Toilette ist, machen wir das jetzt. So. Mal gucken. So. Okay. In dieser Langeweile wälge ich hier auch noch mal rinieren kurz. Zack. Zack. Jetzt kann ich von meinem Schach, der eben Content hatte, anarbeiten und hier müsste ich dann rauskommen. So. So. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da machen wir ja noch Gut, dann mache ich hier die Leitung noch einmal, ziehen Und dann müssen wir ein Schussstück noch machen So, eine gute alte Firma So, ist ja komisch gebaut hier alle Mal gucken, was passiert, wenn wir hier rein gehen Schussstück 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 Sieht 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 Die 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1. WDR mediagroup Glocken 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 WDR mediagroup Glocken